We gonna put it all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie copy, how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers then they saw, see... Mega viel hat mich gefragt, ob ich mal meine Settings zeigen kann, hier werde ich auf jeden Fall gleich zeigen, jeder muss natürlich für sich selber wissen, was für ihn die besten Einstellungen sind, aber das sind für mich die besten auf jeden Fall. Also hier das Wichtigste, das mit Mausempfindlichkeit könnt ihr ignorieren, ich spiele hier am Controller, also hier Kontrolleempfindlichkeit, dann hier fürs Zielen, kann man das sehen, ja, und hier fürs Bauen und Editieren, fürs Bauen, komplett 2000 und fürs Bearbeiten auch komplett 2000. So, was ist denn noch wichtig, ähm, ah, hier, normal wenn man Edits zurücksetzt, macht man das ja mit R3, aber ich hab's auf, beim PS4-Controller, das ist L1, genau, auf L1 hab ich's gemacht, dann meine Torzone 0,08, 0,08, ähm, ich hab die eigentlich schon immer so, also ich hab die nicht geändert, ja, ich hab noch keine andere ausprobiert, aber die ist eigentlich gut für mich so, und ja, dann würde ich sagen, ich spiele jetzt auch eine normale Runde, Solo. So, noch ganz kurz bevor das Video beginnt, falls ihr noch nicht abonniert habt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es machen würdet, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, und rechts daneben könnt ihr dann auch noch die Glocke aktivieren. Falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, geht einfach in den Fortnite-Shop, dann könnt ihr rechts unten bei Unterstützer ein Creator, meinen Creator-Code eintragen, arianfn. Also einfach, wenn ihr das nächste Mal Fortnite spielt, kostet nichts und geht mega schnell, und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. So, ziltet. Alter, ich bin noch so 0 eingespielt. Oh, nice, graue Pistole. Über mir ist auf jeden Fall einer. G, G auf jeden Fall. Wo ist die Kiste? Ah, oben. Sind die überhaupt noch? Ja. So, was hatte der so für Loots? Aber der hat doch irgendwo hingeschossen, oder? So, danke für den Shotgun. Na, unter mir ist noch einer. Ach, der ist über mir, hä? Ich check das gar nicht. NG, NG. Da komm ich dir mal lieber die mit, die bockt eh mehr. Und ich hab ja im letzten Video gesagt, dass ich mal gucken werde, was ich besser finde, ob das Trommelgewehr oder diese Burst-MP. Und ich finde auf jeden Fall das Trommelgewehr besser. Ja, keine Ahnung. Damit bin ich auf jeden Fall besser. Ja, auf jeden Fall nice, wenn ich noch irgendwie eine Shotgun bekommen könnte. Die graue Tag ist halt so viel schlechter. Oh. Fuck, ich hab eine Shotgun. GG. GG. Nein, die fighten. Nein, die fighten. There you go. Der andere ist aber noch irgendwo. Junge, was macht er da? G2 Wiggis hat er, wie mache ich das jetzt? Komm, für 5 HP ein Wiggi. Die Banane fliegt da. Hier spielt er ohne Headset. Take her out. So, komm, ich geh mir kurz den Chuck-Chuck. Komm dort nach. Der war halt so schlecht. So, 10 Leute leben, 10 Kills. Nice. Ja, da hinten sind welche. Jetzt ist da oben auch jemand. Ja, da hinten sind. Los, lag nach. So, am besten gehe ich jetzt auf den Berg da hoch. Boah, ich hätte nicht zu safe gesnipet. Ja, da hinten bin ich. Hier geht's. So. 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 All right. High. Oh, nice, die Zone ist bei mir. Was macht der denn? Was macht der denn? Der hat mich die ganze Zeit so genervt. Wo ist der letzte? Komm, geh raus. Was macht der denn? Komm, Trickshot. Nein, es war knapp. Er holt mich noch. Dann halt so. Gute Runde auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Create der Code 1, wenn ich vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.